Moin Leute, hier ist der Pascal von HOFA Akustik. Wir sind heute im HOFA Studio unterwegs und ich stehe hier vor unserem Workshop-Raum, den ihr vielleicht schon kennt aus Videos wie zum Beispiel dem hier. Oder aber unsere HOFA College Workshops und Livestreams. Und wie ihr vielleicht schon erkannt habt und wenn ihr schon die alten Videos und Workshops kennt, wir haben den ein bisschen umgebaut, Anfang des Jahres. Und ich wollte euch jetzt mal zeigen, was wir da drin so gemacht haben. Wir haben einiges renoviert, wir haben umgebaut, umgestellt und wir haben einiges an der Raumakustik gemacht. Das gucken wir uns heute mal an. Kommt mal mit. Ja, da sind wir auch schon in der guten Stube. Wie ihr sehen könnt, alles sehr fancy, alles sehr schick. Wir haben ja so ein bisschen auf den schöneren Streaming-Raum optimiert. Auf jeden Fall ging das zu vorher. Wir haben die schönen beleuchteten Panels hier an der Wand. Unsere HOFA Wandsegel, die wir auch ein bisschen gepimpt haben mit LED-Strips hinten dran. Was normalerweise nicht so ist, aber wir dachten uns, wenn wir schon hier filmen, dann machen wir es richtig. Ja, wenn ihr den alten Raum noch kennt, dann wisst ihr, das hat ungefähr so ausgesehen. Da war das alles ein bisschen anders gestanden. Die Kamera war eher so auf den Punkt hier hinten gerichtet. Das ganze Setup war gedreht. Es war eigentlich nicht wirklich so eingerichtet wie ein Studio oder Regie-Raum. Es war eher als Vorführraum oder als Hörraum für mehrere Leute gedacht. Das Ganze war auch eben aus der akustischen Sicht nicht unbedingt für, wie gesagt, die Studionutzung, die Regienutzung, die Abhörnutzung konzipiert. Jetzt haben wir hier das Ganze quasi einmal gedreht, das Setup und haben es jetzt eher eingerichtet, wie eben ein klassischer Studio-Raum eingerichtet wäre. Und zwar, wenn wir jetzt hier einen Workshop abhalten würden, würden wir uns hier hinsetzen hätten, quasi auch hier vor uns die Kamera, wo wir rein sprechen würden. In der Position hat er mich ja auch schon mal gesehen im Gitarren-Workshop mit dem guten Steffen zusammen, mit dem Kollegen. Und haben dann quasi hier auch unseren Bildschirm, wo wir checken können, wie wir gerade aussehen, ob alles passt an der Frisur. Und dann sitzen wir quasi hier als Tutor und können den Workshop entsprechend abhalten, haben trotzdem quasi die Kamera vor uns, auch wenn ja eigentlich vor uns die Wand ist. Was aber natürlich für den Sinn und Zweck auch ganz wichtig ist, ist natürlich die Raumakustik. Weil als wir zwischendurch den Raum mal komplett leer gemacht haben, haben wir mal die Nachhaltszeit gemessen und sind da auf einen durchschnittlichen Wert von 1,93 Sekunden gekommen. Das ist jetzt noch nicht ganz kathedralenmäßig, aber es geht schon stark in die Richtung. Und das ist natürlich für Mixing-Arbeiten, analytisches Hören absoluter Killer, also im negativen Sinne. Und deswegen haben wir natürlich hier auch in der Akustik, speziell unser Kollege der Paul Batz, hat sich hier Gedanken gemacht und hat eben dieses Setup, wie wir es jetzt hier beleuchten können, mal eingerichtet. Wir haben jetzt hier quasi alles so geplant und auch ausgestattet, wie wir es normalerweise auch unseren Kunden in einem Regieraum empfehlen würden. Wir haben vorne unsere Bass-Traps in den Raumecken, die jetzt quasi das Low-End absorbieren, die den Bassbereich aufräumen, die Raummoden abschwächen und Resonanzen eben schlucken. Wir haben unsere Wandsegel, sowohl eben hier an den Erstreffektionspunkten an der Seite rechts und links von der Abhöre, als auch eben vorne. Wir haben auch die Segel an der Decke, die eben hier dann die Erstreffektion entsprechend einfangen und haben dann im Endeffekt jetzt mit gut und gerne insgesamt 45 Akustikmodulen in diesem Raum, wenn man alles zusammenzählt, eine Nachhaltzeit von ca. 0,28 Sekunden erreicht. Was für den Raum in dieser Größe schon ein ordentlicher Wert ist. Also schon ordentlich was dahinter. Und so ein bisschen das akustische Herzstück des Ganzen ist auch das Konzept, was dahinter steht. Denn wir sehen jetzt hier auch, wir haben jetzt hier hinten die Wechselrahmen mit unseren Diffusoren drin. Kann ich ja mal kurz nochmal zeigen. Die haben wir hier schön. Ja und der geneigte Akustiker unter euch, der Kenner, würde es schon merken, wir haben das Ganze nach dem Live-End-Dead-End-Prinzip eingerichtet. Das heißt, wir haben ein lebendiges Ende und ein totes Ende, wenn man so möchte. Klingt ein bisschen böse, ist aber gar nicht so schlimm. Also wir haben ein Ende, das Dead-End im Prinzip vorne an der Abhöre, wo es möglichst trocken ist, dass der Sound, der aus den Boxen kommt, möglichst unverfälscht ist und möglichst wenig eben einfach mit reinfunkt in Reflektion. Und hinten haben wir eben dann das lebendige Ende, was eben durch die Diffusoren noch eher im Reflektionsverhalten angeregt ist, aber eben auf eine natürliche Weise natürlicher, als wenn wir einfach nur die blanke, harte Wand da hätten. Ja, die Wand ist auch ein gutes Stichwort tatsächlich, denn da waren ursprünglich immer Fenster gewesen. Die haben wir auch zugebaut mit trockenbaulichen Maßnahmen. Das heißt, wir haben hier alles gegeben, um das möglichst aus optischer Sicht, wie ihr ja sehen könnt, aber eben auch aus raumakustischer Sicht so aufzuwerten, dass wir hier eben, naja, ich sag mal adäquat arbeiten können. Und ich würde sagen, nicht nur auf dem Papier mit den unter 0,3 Sekunden Nachhaltzeit, sondern auch eben vom Look her ist uns das ziemlich gut gelungen. Wenn euch der Raum jetzt hier gefallen hat, das Ergebnis des Ganzen, dann checkt auch mal das Hofer College aus. Da seht ihr nämlich dann immer die aktuellsten Workshops, Livestreams und Videos, die hier eben gedreht und produziert wurden. Oder auch eben Hofer Akustik ist auch unten verlinkt. Da bekommt ihr eben selbst die Akustikmodule her, wenn ihr euren eigenen Raum auch ein bisschen aufwerten wollt. Oder macht es euch ganz einfach und lasst sie von uns planen. Das geht natürlich auch. Ansonsten würde ich sagen, gebt uns doch ein Abo, wenn ihr es nicht gemacht habt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und ich bin raus. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen.